Nein. Rammt. Die Rusen nicht. Kurbel. Was? Hä? Okay, wir gehen mal rauf. Aha. Hier sind wir also. Verdammt clever. Und? Wo ist jetzt dieser... Elefant? Fuck. Aber immerhin kennen wir jetzt sein Versteck. Wir könnten zurück in die Vergangenheit? Und... Bing! ... ihm eine Falle stellen. Ja. Ich weiß nicht. Reicht denn die Zeit dafür? Zeit ist deine Abteilung. Können wir nicht einfach noch ein bisschen weiter zurückspulen? Dann baue ich die Falle kurz bevor ich dir beim Einparken helfe. Ja. Ich kann's versuchen. Ich glaube, ich habe noch ein Verstärkungsglied auf der Ladfläche. Aber viel wird nicht rauszuholen sein. Hm. Nicht vieles mehr, als ich von dir erwartet habe. Zeit, mein Gewinnergesicht aufzusetzen. Wir haben einen Plan! Wir haben beide gemacht. Okay. Nee. Was für ein Albtraum. Ich hatte vom Ende der Welt geträumt und bin dann auf Elefantenjagd gegangen. Obwohl... War das überhaupt ein Traum? Es kommt mir im Nachhinein so real vor. Sicher ist sicher. Pass auf. Vielleicht sollte ich lieber diese Elefantenfalle bauen. Ja. Wir bauen eine Elefantenfalle. Gut. Hier steht wieder alles. Und wir könnten die Luge. Das ist natürlich... Nein. Ich will eine Elefantenfalle bauen. Kein Fallstrick für Rollatorpiloten. Diese kryptischen Schilder sind seltsamer. Ja, okay. Ja, hat man ja schon gehabt. In ein paar Folgen vorher. So. Runter. Wir bauen eine Elefantenfalle. Ha! Wusste ich doch. Für irgendwas ist es gut. Können wir vielleicht das jetzt hier irgendwie... Bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken. Aber dafür fehlt ein... Umgelenk... Dings. Wie die Profis es auszudrücken pflegen. Ein Umgelenk-Dings. Okay. Ähm, uns fehlt ein Umgelenk-Dings. Also müssen wir ein Umgelenk-Dings finden. Aber was könnte es sein? Ich hab... Keine... Warte mal, jetzt können wir doch... Das ist genau das, was ich für meine Elefantenfalle brauche. Nun muss ein Porzellan laden. Bei Lichte besehen. So nützlich war es auch wieder nicht. Knobbrillen! Komm her damit! Hey, du Horst! Das ist ein Riffig! Okay, da... Der ist doch einfach bloß dämlich! Ähm... Da fehlt jetzt auch irgendwas... ...und... Ich hab' mir gedacht... ...und... 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 ...schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Dann war's also gar kein Traum! Natürlich nicht! Nein! Bist du etwa gerade erst aufgewacht? Du hattest einen ganzen Tag Zeit! Ich hab' verschlafen, okay? So was passiert! Äh... Aber ich musste die ganze Strecke von Porta Rustica noch einmal fahren! Mach dir mal nicht ins Hemd! Die Falle ist ja so gut wie fertig! Äh... 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 Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Mach dir mal die... Die Falle ist ja so! Mann! Komm hier rauf! Geweih! Geweih? Schon toll, so ein Geweih! Hm... 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 Warte mal! Die gibt's doch auch noch! So... Geh mal rüber! Und das machen wir mal... Moment, Moment, Moment! Moment! Knickerfolie ans Geweih! Wir erfahren euch immer genauso knickervoll wie ich! Aber jeder mag Knickerfolie! Jeder, der was anderes behauptet, ist ein Faschist! Ne, ist böse! Ähm... So! Und? Ha! Bullseye! Und da behauptet Toni immer, ich könne bei Klobrillen nicht zielen! Ja, das kann ich! Du setzt dich jetzt auch mal hin zum Pinkeln! Ja! Boah, die Mutter meiner Kinder! Seitdem sitze ich im... äh, pinkel ich im Sitzen! Obwohl wir schon seit vielen, vielen Jahren nichts mehr miteinander zu tun haben! Okay! Aber es hat gewirkt! Irgendwo! Hm... Naja, was soll's! Äh, ja! Zack! Zack! Wozu die Mühe, einen passenden Anker zu finden? Zack! Ich nehme doch schon Toni mit! Was? Jetzt nehmen! Hm... Hm... Bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken! Aber dafür fehlt ein... Umgelenk... Dings... Wie die Profis... ...es auszudrückend pflegen! Hm... Wir haben eine Clou-Brille! Und ich dachte, die Clou-Brille könnten wir hier festmachen! Hm? Hm? Man! Ach, Mann! Warte mal... Können wir vielleicht... Können wir vielleicht... Können wir vielleicht... Können wir vielleicht die Clou-Brille hier dran befischen? Die sind so nichts zu gebrauchen! Die brennen ja nicht mal vernünftig! Nicht mal die, auf denen Flammen abgebildet sind! Genau! So'n Scheiß! Diese Schilder sind so nichts zu gebrauchen! Die brennen nicht... Mensch! Sind das nämlich ein Schritt? So, jetzt wieder hoch! Hm... Ach nee! Warte mal! Ich wollte mal... was anderes probieren! Zack! Warte mal! Wenn wir jetzt! 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 Nein! Ich will eine Elefantenfalle bauen! Kein Fallstrick für Rollator-Piloten! Aber ich bin doch ein Rollator-Pilot! Äh... Jups! Stimmt! Hm... Das letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Wozu die Mühe, einen passenden Anker zu finden? Ich nehme doch schon Toni mit! Ich habe keine Ahnung! Ich habe echt keine Ahnung! Ich habe echt keine Ahnung! Ist denn das nämlich gescheit? Geht doch mal rauf! Das muss doch irgendwie so gehen! Ähm... Seil! Luke... Luke Skywalker! Noch mal zu! Wulf! Ähm... Hm... Hier geht mal rüber! Und? Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Mach dir mal nicht ins Hemd! Die Falle ist ja so gut wie fertig! Eben! Mann! Hier auf rumzukürzen! Hm... Hm... Njam, 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 njam... Na, ich will eine keinen Fall! Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger! Und seltsamerweise tauchen sie immer in meiner Nähe auf! Diese Schilder sind's, die brennen ja nicht mal dir auf! Ja, das kennen wir ja schon! Ähm... Wozu die Mühe einpassen? Ich nehme doch... An der Luke muss ich nichts verbessern! Sie tut genau, was sie soll! Luken! Das ist ja auch schön, dass eine Luke luft! Hier, Lucky Luke! Hier, Lucky Luke! Ach, Mann! Ach, Mann! Dreh's doch mal runter! Das gibt's doch gar nicht! Es muss doch irgendwie funktionieren hier! Ja, drück' denn noch mal! Hä? Diese Schilder sind zu nichts zu gebrauchen! Die brennen ja nicht mal vernünftig! Nicht mal die, auf denen Flammen abgebildet sind! Hm... Äh... Hey, Mindu! Also, ich glaub' ich steh' hier gerade voll auf dem Schlauch! Ja, Freunde! Ich steh' hier gerade voll auf dem Schlauch! Diese Schilder sind zu nichts zu gebrauchen! Die brennen ja nicht mal vernünftig! Aber wir schaffen das noch! In dieser Aufnahme! Diese Schilder sind zu nichts zu gebrauchen! Mann! Die brennen ja nicht mal vernünftig! Nicht mal die, auf denen Flammen abgebildet sind! Nein! Ich will eine Elefantenfalle bei... Kein Fallstrick... Blablablablablablablablablablablablab! Hä? Bin ich denn einfach ein bisschen geklopft? Ah! Nicht ohne Knickerfolie! Niemand kann behaupten, ich würde nicht dazu lernen! Ja, das stimmt! Ach so! Kein Knickerfolie! Wieder raus! Ach, Mindu! Hä? Ich steh' jetzt gerade hier voll auf dem Schlauch! Das ist er gar nicht! So... Ähm... Moment! Diese Schilder sind zu nichts zu gebrauchen! Die brennen ja nicht mal vernünftig! Nicht mal die, auf denen Flammen abgebildet sind! Ist das denn die Möglichkeit? Ist das denn die Möglichkeit? Ist das denn die Möglichkeit? Ne, ich glaub's nicht! Ich... Irgendwie steh' ich ja gerade aber wirklich gradikall auf dem Schlaf, liebe Freunde! Wir haben hier ein Seil! Und mit dem Seil? Na, ich will eine Elefant... Kein Fall! Plapp, plapp, plapp! Was? Wo ist das Seil überhanden? Ach, Junge! Zumachen! Es gibt einen Unterschied zwischen einer Falle und einer Schlaufe, die auf dem Boden liegt! Und ich habe mehrere Bissspuren, die mich daran erinnern! Verflucht seist du, Tonys Mutter! Nein! Ich will eine Elefantenfalle bauen! Kein Fallstrick für Rollator-Piloten! Hm... Hm... Ach, Mensch! Ich hab' keine Ahnung! Ähm... Nein! Nein! Ich will eine Elef! Kein Fallstrick! Hm... Hm? Hm? Nein! Ich will eine Elefantenfalle bauen! Kein Fallstrick für Rollator-Piloten! Ist das denn die Möglichkeit? Ich wär' gleich wahnsinnig! Ich wär' gleich wahnsinnig! Aber wir schaffen das! Wir schaffen das! Wir müssen so eine Lösung geben! Es gibt viele Methoden, eine Klobrille zu benutzen! Diese hier ist mir allerdings neu! Ja! Ja! Dir vielleicht! Aber mir nicht! Weil ich schraube gerne an meiner Klobrille zu benutzen! Es gibt viele Methoden, die sich... Wir speichern mal! Wir speichern mal! Hier 23 Uhr 23.47 Uhr! 22.47 Uhr! Das können wir mich überrasch! Speichern! Ja! Und heute haben wir an 13.11 Uhr um 22.45 Uhr! Ja! Ich spiele es immer nur nachts! Warum weiß ich auch nicht! Ja, ich weiß schon warum! Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Hm! Ach, Mann! Diese Schilder sind so nichts zu gebrauchen! Die brennen ja nicht mal vernünftig! Nicht mal die! Diese Schilder sind's! Die brennen! Nicht mal die! Sie kommen? Ach, Mann! Hör mal die Ruhe! Haben wir hier irgendwas übersehen? Nee. Haben wir hier was übersehen? Nee. Haben wir hier was übersehen? Nee. Diese Schilder sind zu nichts zu gebrauchen. Die brennen ja nicht mal vernünftig. Nicht mal... Wozu die Mühe einen passenden... Ich nehme doch... Ist ja auch nix. Hä? Und? Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Mach dir mal nicht ins Hemd. Die Falle ist ja so gut wie fertig. Eben. Och, Mann. Und? Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Mach dir mal nicht ins Hemd. Die Falle ist ja so gut wie fertig. Eben. Das war einfach was genial. Ich weiß doch was wir tun. Nee, eigentlich hab ich keine Ohnung. Äh, wieso? Hä? Also irgendwas stimmte gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Muss irgendwie gehen. Mann. Ich bin so... So geknickt. So viel Auswahl hat er hier noch nicht. Mal runter. So. Dafür brauche ich nur meine Finger und den richtigen Dreh. Okay. Na dann. Leer das da. Ist dann das die Möglichkeit? Mann, Ruhe. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Dampf nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KB Let's Play sagt Dankeschön.